hallo und willkommen zu einem neuen video von the sound file aus den amazing sound studios aus der burg grünsberg und heute wollen wir mal auf eine zuschauerfrage eingehen die gestellt wurde zu einem schon relativ alten video wir haben ja mal gesprochen über die akustik der elbphilharmonie und ich habe mich da ein wenig kritisch drüber geäußert und da hat ein zuschauer namens bändermann drunter geschrieben sinngemäß ja wenn das so akustisch funktioniert warum verstärkt man denn dann überhaupt oder habe ich da etwas falsch verstanden ich finde es ja immer schön wenn ich unsere zuhörer bestätigen kann in ihrer meinung und das mache ich hier jetzt auch ganz gerne ja bändermann sie verstehen was nicht und das wird eigentlich auch auf der homepage der elbphilharmonie schon so ein bisschen erklärt und wir versuchen es auch in dem elbphilharmonie video selbst zu erklären aber ich habe mir gedacht wir machen einfach noch mal ein follow-up video und erklären es noch ein bisschen genauer denn bei der verstärkung elektronischer oder lasst es uns mal elektroakustischer musik geht es ja überhaupt nicht nur um die verstärkung also die erhöhung von lautstärke um das ganze etwas zu illustrieren möchte ich ein wenig in die geschichte der musik zurückgehen also klassische musik da gibt es ja auch schon komponisten die mit der impulsantwort eines raumes mit der raumakustik gespielt haben also gerade josef heiden in seinem konzertsaal auf dem schloss esterhazy hat da wirklich ganz ganz akribisch auf die akustik geachtet und auch in der richtung gibt es kritik an der elbphilharmonie was aber nicht das thema dieses videos sein soll aber es gibt auch und da möchte ich gerne darauf verweisen von meinem lieben kollegen jürgen strauß einen ganz ganz tollen vortrag den gibt es auf youtube den verlinken wir euch in der beschreibung wo er genau darüber spricht nämlich wie klassische musiker mit raumakustik gespielt haben und die raumakustik in ihre kompositionen mit einbezogen haben ein anderes beispiel sind natürlich orgeln in großen kirchen eine kirchenorgel kann ohne den hall dieser orgel überhaupt nicht wirken also die diese ganze impact den so eine orgel hat der ist natürlich maßgeblich bestimmt von der raumakustik in diesem raum im 20 jahrhundert die geschichte schreitet voran und natürlich haben sich auch instrumente immer weiter entwickelt eine barockgeige hat ziemlich andere klang eigenschaften als ein modernes instrument und so war es eben mit vielen anderen dingen auch und im 20 jahrhundert hat die elektronische verstärkung einzug gehalten in die musik aber nicht nur die elektronische verstärkung sondern die elektronik allgemein und da geht es eben nicht nur und immer darum irgendwelche sachen neutral einfach nur lauter zu machen so wurde zum beispiel eben die e gitarre erfunden und die e gitarre da wird ja quasi das ist ja ich sage ein e bass und eine e gitarre ist ja fast schon ein akustisches instrument es schwingt eine seite und während bei der gitarre oder bei einer geige die seite schwingung verstärkt wird durch den klang körper also durch den korpus des instrumentes ist es bei der e gitarre oder beim e bass eben so dass da ein solid body instrument ist das nur ein brett was selbst sehr sehr wenig verstärkt aber es ist ein tonabnehmer drin der magnetische schwingungen in strom umwandelt und dieser strom wird über einen verstärker laut gemacht und dieser verstärker ist insbesondere bei der gitarre ganz ganz wesentlich für den klang des instrumentes mit verantwortlich bei der gitarre werden meistens röhren in die sättigung gefahren röhren verzerren und wenn eine röhre in die verzerrung geht werden harmonische obertöne erzeugt die auch ihr verhalten je nach spielstärke je nach dynamik verändern ganz wie es ein akustisches instrument auch tut das bedeutet eine e-gitarre kann man nicht für sich sehen sondern eine e-gitarre funktioniert immer nur zusammen mit dem verstärker und auch der lautsprecher ist ein ganz wesentlicher bestandteil vom klang an sich dann wird natürlich in modernen musikrichtungen auch künstlicher hall eingesetzt der eben dazu benutzt wird um stimmen voller zu machen stimmen größer zu machen daran ist nichts verwerflich es sind einfach andere modernere methoden einen klang zu gestalten einen künstlichen hall auf eine stimme zu geben ist grundsätzlich ganz ähnlich mit der einbeziehung des raumes bei einem klassischen symphonieorchester oder bei einer klassischen besetzung nur dass der ton meister der toningenieur quasi teil der musikalischen performance geworden ist dass im studio oder auch live hüllkurven beeinflusst werden beispielsweise instrumente besser hörbar gemacht werden indem man mit kompressoren die ein- und ausschwingphasen beeinflussen kann all diese dinge das bedeutet die ton technik ist heute ein ganz ganz wesentlicher und notwendiger bestandteil vieler künstlerischer performances daher ist es wirklich so dass viele moderne musikrichtungen funktionieren rein akustisch gar nicht können nicht funktionieren weil eben ganz viele klangerzeuger elektronisch sind weil viel am mischpult gestaltet wird und so weiter deswegen plädiere ich auch dafür wirklich mal die scheuklappen fallen zu lassen es gehört ganz ganz sicher zu den großen herausforderungen ein klassisches orchester zu verstärken und wenn man ein klassisches orchester nicht verstärken muss weil das konzertsaal klein genug ist damit es für sich selbst stehen kann dann ist das sicherlich der königsweg aber die zeit ist nicht stehen geblieben es gibt moderne musikrichtungen wo das eben anders ist wo die ton technik bestandteil der musik ist und da würde ich alle menschen um mich rum bitten ihre eventuell vorhandenen scheuklappen mal ein bisschen fallen zu lassen über den tellerrand hinaus zu sehen und zu sehen was können man können wir mit ton technik machen das ist ein ganz ganz spannendes feld und natürlich da wiederhole ich jetzt meine kritik von diesem letzten besagten video muss ein konzertsaal der für alle da ist und alle sparten bedienen möchte auch in der lage sein elektronisch verstärkte musik adäquat rüber zu bringen so viel dazu ich bin gespannt was eure erfahrungen sind wie eure meinungen dazu sind schreibt uns wie immer gern in die kommentare und bleibt uns treu bis zum nächsten hallo und willkommen zu einem neuen video jetzt habe ich vergessen wie der kanal heißt